da meine berühstung hat sich aufgenommen wurde sage ich an euch malzeit freunde also jetzt schon wenn man hier anvisiert freuen das ist wie eine minigun kann man schon fast sagen im nahkampf ein übelstes hammerbiest wie ich finde schau mal direkt mal hier was abspeakten könnt freunde und es fängt schon geil an leute es fängt schon geil an oh mein gott also was ist denn hier lustiger oh mein gott kommt ihr noch einer rein wir müssen nachladen eine was ist nie auf einmal los hier kommt als marit nehmen jawohl geiler start leute die wollen mich alle challengen leute muss los geht der eine hinter mir egal was ich jetzt mache ist ein bisschen riskant hier die lauern auch auf mich das ist ganz ganz riskant hier okay nachladen müssen jetzt nicht aber ich wollte schon fast da kommen das denn ist ein teammate da kommen ran auf den meter perfekt alter was ein bieb junger egal trotzdem alles hier weg was uns in den weg kommt da hinten ist einer das war ganz schön ich zähnehmend jungs und die von hier schade mann okay aber die runde macht echt mega und bis jetzt ich hoffe es bleibt auch so geht da kommt gleich einer gleich hoch perfekt ich weiß nicht wie die gegner hier gerade drauf sind da gut das war das mal wieder komplett alter nein noch ein paar h h kommt kriegsmaschine raus bumm bam junge oh mein gott alter gut dass ich die weste habe alter ich wäre so weggestorben ja noch mal dabei boom kennt ihr den jungs kennt ihr den nicer scheiß einer wir kloppen ja alles weg ich habe viele tote bekommen wir brauchen kills einfach nur kills ratatata nein 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 das hat ein richtiger sneaky triple kill meine freunde ganz ganz starke leistung da muss man sich auch mal selber loben grüße gehen raus an mich selber ja ja dahinter seiner gegen anfängt zu schießen selbst dann schreitet er die gegner weg man kann ja auch mit schalldämpfer spielen also vielleicht probieren wir das auch mal gleich aus freunde kämen ist los wir kommen also durch die mitte so ziemlich kommt schon nice man nachladen sagt auch ja ich habe da mitgenommen muss man was ein bisschen was passieren hier haben auch flagge einnehmen wir müssen jetzt hier nicht auf kraft auf den heftigen sieg gespielen damit das mal hier klar ist ja komm jetzt leider jawoll das war wieder schön das freut mich und egal ob es los kommt damit auch noch einer das momentum nutzen alter alle angehittet wie die letzten spackos nein das sind so viele ma das ist so ein noob spiel alter das ist unglaublich du hast schon alles weg und er hält einfach seinen schwerkraft staffel rein und schon wieder das scheiß schildigkeit zu kotzen das sind tode die kann man nicht beschreiben ja kennt ihr den ja reicht auch irgendwann aber jungs also müssen los oh mein gott nicht den gerägt hat alter müssen ein bisschen warten und jetzt perfekt perfekt bruder das nachladen die mail noch hilfe oh mein gott digga das ist so gelebigt hier das alles oh wow team-aids brauch hilfe oh team-aids kommt Ja, Scharfschützen-Nest, Leute. Muss los. Oh, nice, Mann. Ja, das hättet sich, Alter. Nein, oh. Okay, den hab ich jetzt nicht gesehen. Aber komm, Scharfschützen-Nest, hau rein in den Aal, ey. Nice, 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 ey. Komm her, Digga, geht mit einem Hack. Oh. Boah, ist das eine geile Runde gerade. Ich bin wieder zurückgekommen. So halbwegs, mehr Weg, mehr mit Steuer. Oh Gott, jetzt werd ich hart umzingelt. Nein, die Waffe ist mal leer. Och nein, Alter, voll nicht gescheckt. Ach, Mann, komm, Teammates. Mach dir kein Auge. 77 Kills gerade, ey. What? Alter, hab ich den denn geholt? Viel Spaß damit. Oh Gott, ich hab einfach jetzt reingesprayt, ey. Oh, ich mach mir Punkte bis zum Umkippen. Drohne, Konterdrohne, alle draus hier. Komm, Alter. Ich hab da hinten so einer. Boah, heilige Scheiße. Nein! Oh Gott. Es müsste aber möglich sein. Come on, Alter. Mach keinen Scheiß mehr. Oh ja, komm, lass sie noch mitnehmen. Lass sie noch mitnehmen. Wie eine Einkaufsdüte im Supermarkt. Nice. Okay. Können wir jetzt hier noch ein paar Gegner snacken? Ach, Mann, komm, einer wäre wichtig. Gib mir 7 Kills. Komm, let's go. Let's fucking go. Oh, Mann, ich bin voll. Digga, das macht so Laune mit der Waffe, ey. Holy Macaroni, ey. Nein. Lass ich mich fast selber? Ah! Nice. Oh Gott, ich muss vielleicht wieder selber, Alter. Ah! Ah, der will lieber nicht. Oh Gott! Die Waffel war leer, ich hätte ihn so ein Turn-On gedrückt, seines Lebens. Ey, was ist das für ein Spawn? Okay, trotzdem geholt. Wir freuen uns auf Spawn auf B, Bruder, muss groß. Leute, 113 Kills. Leute, 113 Kills. Alte Scheiße, war das eine geile Runde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und dann müssen wir euch sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Auf jeden Fall. Vielen Dank.